moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingestellt dass und ja heute geht es weiter mit der pfeifen reihe beziehungsweise heute unsere eigene kreation ist mal wieder fertig und wird auch wieder zeit für was neu und zwar unser westen script ist fertig so besteht aus sechs westen und jede weste fügt halt unterschiedliche schutz hinzu wenn wir uns die halt alle halt einmal gegeben haben so dann haben wir hier so insgesamt sechs schutzwesten so fängt halt an mit zehn prozent 15 prozent 25 50 75 und 100 somit habt ihr die auswahl zwischen sechs ganze westen wenn wir die jetzt anziehen dann sieht das ganze wie folgt aus ist die beste auch dran ja und unten können wir sehen hat so ein kleiner schutzwesten balken ein wenig so dazu bekommen das gleiche machen wir hinter zweiten und wie wir jetzt unten sehen können also hier kriegen wir natürlich etwas weste so dazu so das heißt wenn wir jetzt die dritte weste uns reinziehen dann fühlt sich das ganze auch ein wenig auf und wenn wir jetzt weste fünf uns anziehen und zu guter letzt weste sechs ist dann komplett full und das gleiche ist halt für die männlichen auch so die ziehen sich auch eine weste an zeige ich dir jetzt auch nochmal gleich so das gleiche ist für die männlichen und ja so im prinzip ist das halt das gleiche wir gehen auch so benutzen und ziehen uns die weste an zack dann haben wir auch hier eine schöne weste an und auch hier fühlt sich auch so der schutzwesten balken oder die leiste je nachdem je nach weste und 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 zu guter letzt natürlich die dritte die sechste und die letzte so kommen wir auch zur installation so dies wieder kinderleicht wir laden uns das gut runter dann müssen wir das ganze auspacken und dann kopieren wir uns hier schon mal den ordnern raus gehen in den resource ordner und ziehen diesen ordner in den resource ordner wenn wir das gemacht haben gehen wir zurück und gehen in die server cfg und müssen das ganze hier nur noch starten speichern und quasi schon den server neu starten jetzt müssen wir noch einmal in diesen ordner und hier findet ihr die ganzen besten als item drin diese sql einfach ausführen in die datenbank laden und den server neu starten und ihr könnt genießen und benutzen gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch hier mal einen daumen nach oben da kommentieren abonniere nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut herein und ciao ciao abonniere